Denkst du, dass es einen größeren Sinn gibt, als rumzustehen und hübsch auszusehen? Wieso? Was könnte da noch sein? Ich dachte, das wären die einzig wichtigen Dinge. Ich las einst in einem Buch, dass es irgendwo auf dieser Welt einen heiligen Gral versteckt gibt. Klingt gut. Lass mal suchen. Los geht's. Okay. Abenteurer, wo willst du hin? Quer in die Gefahren, wo ich vor tausend Jahren im Traume gewesen bin. Ein Glück ist niemals erreicht. Mich lockt ein fernstes Gefunkel, mich lockt ein raunendes Dunkel, ins Nebelhafte vielleicht. Lass uns doch ein Auto mieten. Nein, nein, ich habe eine bessere Idee. Halt's Maul, hilf mir hoch! Länder verfliegen und Städte versinken. Stunde und Tage verflattern im Flug. Täler und Berge vorbei, wenn sie winken. Traumbilder, Sehnsucht und Sinnenbetrug. Mond scheint und Sonne, noch einmal die Sterne. Bald ist erreicht die beglückende Ferne. Dämmerung, Abend und Nebel und Nacht, stürmisch erwartet, was glühend gedacht. Hey, möchtest du einen Witz auf Englisch hören? Haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Wunderbar. We all want to belong, but some of us are short. Hm. Ein Drache hielt Wache auf dem Burg Dache. Aus der Nacht mit Bedacht schlich ein Dieb auf leiser Sohle. Nun isst er Kohle. Wow, schau mal, da ist der heilige Gral. Boah, da ist ja sogar noch was drin. Es sieht irgendwie blau aus. Sollen wir das trinken? Ja klar, warum nicht? Das ist doch bestimmt gesund. Komm, lass es mal versuchen. Schaden kann es ja nicht. Alles klar, dann auf dich. Cheers. Wir sind durch Not und Freude gegangen, Hand in Hand. Vom Wandern ruhen wir beide, nun überm stillen Land. Rings sich die Täler neigen, es dunkelt schon die Luft. Zwei Lerchen nur noch steigen, Nacht träumend in den Duft. Tritt her und lass sie schwirren. Bald ist es Schlafenszeit, dass wir uns nicht verirren in dieser Einsamkeit. O weiter stiller Friede, so tief im Abendrot, wie sind wir wandermüde, ist das etwa der Tod? Das ist Schlafenszeit, dass wir uns nicht verirrennt haben. Das istITCH, ist es gibts. Das ist Schlafenszeit, Energie, Inhtimus, innen Hallo, dein Herz-Berchen hier ist weg, Philipp, quatre Abitanz bookend. Aktuell, als Sie versucht, dass wir uns nicht verirrennt haben.